Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Präsidium der Christlich-Sozialen Union, es hat heute getagt. Heute, meine Damen und Herren, ist nicht der Tag der Entscheidung, sondern der Beginn der Beratung. Nicht endlos, das ist ganz klar, aber ergebnisoffen. Was ist heute passiert? Die CDU hat in ihren Gremien beraten, mit erwartbarem Ergebnis. Und so hat auch das CSU-Präsidium beraten und Markus Söder für seine Kandidatur einstimmig Rückendeckung gegeben. Das heißt am Tag heute, es gibt eine Empfehlung für Armin Laschet, es gibt eine Empfehlung für Markus Söder und es gibt auch ehrlicherweise eine deutliche Mehrheitsmeinung in der deutschen Bevölkerung. Das CSU-Präsidium hat den Parteivorsitzenden Markus Söder beauftragt, die Gespräche zu führen, die notwendigen Gespräche zu führen und das auch in einem, so der Vorschlag des Parteivorsitzenden, breiterem Rahmen. Das heißt nicht nur ein bilaterales Gespräch der Parteivorsitzenden, sondern eine Verhandlungsdelegation, die auch die Vielfalt und Breite unserer Volksparteien abdeckt. Abschließende Zusammenfassung, Respekt vor Armin Laschet ist heute deutlich geworden, zweitens aber auch das Bewusstsein für die große gemeinsame Verantwortung, die wir als Union haben und drittens aber eben auch die Überzeugung, dass Markus Söder für die anstehenden Aufgaben der bestgeeignete Kandidat aus Sicht der CSU ist.